Der Donnerstag startet bewölkt. Am Vormittag lassen sich dabei stellenweise noch ein paar Sonnenstrahlen blicken. Ab der Mittagszeit ist es bei Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad aber fast ausschließlich bedeckt. Tagsüber bleibt es dabei trocken. Erst in der Nacht kann es bei Werten zwischen 15 und 17 Grad auch zu leichten Schauern kommen. Regnerisch bleibt es auch in den nächsten Tagen. Sowohl am Freitag als auch zum Start ins Wochenende ist es bewölkt. Über die Tage verteilt kommt es dabei immer wieder auch zu Regenschauern. Am Sonntag fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich. Bei Tiefstwerten von 7 Grad ist es tagsüber voraussichtlich aber fast durchgehend sonnig.